Und damit wieder Willkommen, Willkommen zurück, zurück hier bei Show You Look, dem Ratatouillmann, der beim Springen selbst da seine Brille aufbehält und bei Stranglehold. Wir haben noch drei Granaten oder drei Schuss, ich weiß es gar nicht. Wir sind immer noch im Museum. Das war gerade ein Kontrollpunkt. Da ist ein Granisch. Sehr schön, den haben wir uns verdient. Und wir haben es bestimmt gleich mit einem riesen Endgegner zu tun. Und dadurch, dass ich das nicht weiß... Aha! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Habe ich beim letzten Mal lieber Stopp gemacht. Oh. Okay. Oh. Oh. Gab es doch einen schnelleren Kontrollpunkt. Ah, komm, wir machen hier die vier. Die vier. Pam, 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 pam. Jawohl. Diese ganzen Bösewichter da oben auf den Däschern. Und wo war hier... Jetzt kommt die Bullen. Ah, da ist einer. Hep. So. Oh, das sind wohl Elite-Soldaten. Wir müssen unsere Tochter holen. Hahaha. Mit Stil, Jungs. So. Ich würde gerne aufheben. Gib mir diese, ja. Ich würde gerne es eh besser. Gut. War hier noch irgendwo ein Kasten? Dass ich meine Gesundheit auffrischen kann? Nee. Hier nicht. Hier auch nicht. Nirgends. Nirgends. Die Polizei ist schon unterwegs. Achtung, da kommen sie gleich. Aha. Da gibt es einen Kasten. So. Auf die Fresse. Hauptsache, sie kommt nicht aus dem Rücken. Dann können wir mal diesen Kasten nehmen. Hä? Hahahaha. Schön stilsicher gemacht. Kontrollpunkt. Komm, wir rollen mal rein. Aha. Eins. Zwei. Drei. Drei Jungs. Elite. Vier. Vier. Lieber so. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein. Oh, der braucht aber viel. Der braucht aber viel. Äh, äh, äh. Ich muss hier hin. So. Da war doch einer. Der hat sich weggedreht, der sagt. To-Tür. Einmal. Hier machen wir gar kein Federlesen mehr. Die Pistolen sind gut. Schöne, schnelle Schüsse. Oh, ich muss glaube ich mal hier... Okay, okay. Es kommen ja immer mehr. Nein. In deinem Rücken. In deinem Rücken. Jaja, damit hat es dir nicht gerechnet. Ich kann auch durch Scheiben schießen und dir eine mitgeben. Plump. So, jetzt gehen wir mal hoch. Ach, wo haben denn die... Diese Elite-Leute her? Da ist noch ein Kasten. Ja. Ich mach noch mal die vier. Da wisch ich welche. Einen. Noch einen. Noch einen. Noch einen. Das war gut. Da ist ein Kranich. Ja, klar. Schnell, schnell, schnell. Boah, ich nehme mir ganz schön viel von der Energie ab hier. Oh, da drüben kann ich hin. Ah, schnell. Da ist er gar nicht. Kaputt für die Jungen. Ihr wollt es echt wissen, Jungs. Nehmt doch mal die. Lass mich mal. Okay. Kopf. Ja. Sehr schön. Mach ich jetzt noch einmal? So, und dann brauche ich nur noch einen Schuss. Einen. Ne. So. Ich nochmal runtergehe. Und jetzt nochmal die vier drücken. Ne, halt. Ich geh nochmal hier hoch. Hä? Wieso geht das nicht? Geh doch mal da hoch. Geh doch mal da hoch. Und die vier. Ne, nützt mir nix. Hier ist kein Gegner in der Nähe. Deswegen. Oh. Nein. Komm ja nicht von hinten. Kontrollpunkt. Sehr gut. Meine Fresse. Lange Mission. Lange Mission. Lange Mission. Oh. Hä? Kaputt. Aussteigungsstücke im Wert von mehrere Milliarden Jahren. Okay. Das sieht so aus. Als wenn wir hier lang könnten. Meine Fresse. Jetzt muss ich den Typen jagen hier ohne Ende. Oder wie? Ich nehme auch mal die anderen Waffen. Die fand ich echt nicht schlecht. Ich höre sie. Ich höre sie. Da wollte jemand reinkommen. Also Wachleute sind das nicht. Schnell hin dort. Oh, diese Verrückten. Ich mache euch kernd in Chaos. Die Kontrollpunkte sind hier echt. Hehehe. Das nenne ich nämlich clever. Die Kontrollpunkte sind hier echt nicht ohne. Ja, sind das hier? Fahndungsfotos. Guckt mal hier. Das sind die Entwickler. Das ist ja cool gemacht. Die kann man sogar runterschießen. Das haben sie ja witzig gemacht. Okay. So, dann nehmen wir mal die Waffe. Oder wir nehmen mal wieder die Shotgun. Ich glaube, die Shotgun ist echt nicht schlecht. Oder die Maschinenpistole. Die Maschinenpistolen waren eigentlich nicht schlecht. Noch eine zweite vielleicht. Die kriege ich ja gleich, oder? Der Kontrollpunkt machte mich schon ein wenig wahnsinnig. So, jetzt. Oh, oh. Das ist doch eine Falle. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Die Ton-Armee. Die Armee der Ton-Krieger. Guckt sie euch an. Die können wir alle zuschießen. Lass sie los. Holen sie sie doch. Schlampe. Okay. Er tötete meinen Bruder. Auf ihn. Er tötete meinen Bruder. Na klar. Du stirbst, mein Bruder. Oh. Du hast recht. Warte. Was hältst du von dem Schuss? Da ist so ein Kasten. Komm. Damon. Oh, geht mir von. Oh. Achtung. Und. Paff. Jawohl. Jawohl. Wie viel hat denn der weg? Okay. Okay. Nicht ausreichen. Das ist noch mir. Du pustest mich weg. Du kannst deine Mutter wegpusten. Auch nicht mit. So. Wo bist du? Wo bist du? Ach, hier sind gerade nicht. Sehr schön. Oh. Geh weg, du Schiff. Welchen Schmerz von deinem Affen-Streck-Scooter? Nein, die hat mich auch getroffen. Nein, daneben. Ah, das war nicht gut. Oh, ich habe Granaten geschmissen. Schlüssel. Okay. Ach, wenn ich immer hier lang renne, muss das funktionieren. Nein, natürlich funktioniert das nicht. Einen muss ich noch. Nimm mal das hier. Nein. Nicht sterben. Glück, steh auf. Ich zerstöre das, was ich will. Wie mir das passt. Was, ich brauche es noch, so ein gezielter Schuss. Dann puste ich dich weg. Bleib da stehen, oder sie hat eine Kugel im Kopf. Also, was soll ich jetzt machen? Hehehe. Ah, er schießt mit Granaten, der kleine Schwachmat. Ich werde dir den Schmerz zurückzahlen. Hat das was gebracht? Ach, ich weiß es nicht. Sollte ich hochgehen? Ja, komm. Nein. Komm, wir gehen hoch. Jetzt. Jetzt gehörst du mir. Du gehörst mir. Scheiße, wieso habe ich denn das genommen? Nein, nein, nein. Ja. Das war's. Ich bin völlig fertig. Mein Herz. Es tut mir leid, wenn ich so schreie, aber... Mein Herz. Alter, knäscht, ey. Aha. Oh, du... Du bist gar nicht meine Tochter. Hey, Beschwiligung. Mein Vater? Nein. Nein. Mensch, Tico, Nico, Pico, Bello, hallo. Wie heißt du eigentlich? Ich habe deinen Namen vergessen. Ficke sie oder finde sie. Ich habe es nicht richtig verstanden. Und ewig. Schlaf wohl. Ach Mensch, das ist doch Mist. Ich habe gedacht, das ist meine Tochter. Dann war es meine Geliebte. So eine Sauerei. Ruhe und Frieden. Kleines Mädchen. Okay. Was geht weiter? Au! Der Typ, der lebt ja immer noch. Aha. Weiter geht's. Ah. Das hört nicht auf hier. Soll ich sie einfach hier liegen lassen? Macht man das? Gibt es noch irgendwo eine Möglichkeit, Gesundheit zu bekommen? Ups. Sind wir jetzt immer noch in der Mission, ja? Moment, dann machen wir mir wieder alles kaputt. Das auch. Und ich gehe nochmal hoch. Ich gehe nochmal hoch. Da oben war irgendwo noch Gesundheit. Au! Nicht hinlegen einfach, sondern hochgehen. Jetzt. So. Und dann müssen wir den Typen noch fertig machen. Alles klar. Ich will aber vorher. Hier. Das müsst ihr doch verstehen. Ja, wenn. Dann müssen wir schon alles kaputt machen. Hep. Wow. Pam. Ach, schön. Das macht Spaß. So, jetzt gehen wir rüber. Dann hauen wir mal schön kräftig eins in die Fresse. Ich bring dich um. Nein, nein, nein. Wo bist du denn? Kontrollpunkt. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denen dann. Tschüss. Bye, bye.